Hi Leute, heute möchte ich euch die Veko Junior Chico Fontäne präsentieren. Das ist eine Five Fontäne. Wie ihr sehen könnt, hat diese Fontäne noch das alte Veko Logo. Dann, ja, zum Design, recht hübsch diese Fontäne mit dem Crepe Papier, was die Fontänen meistens haben. Dann hier die Visco, den roten Sicherheitsstandfuß, dass die Fontäne auch schön stabil auf dem Boden steht. Und, ja, jetzt kommen wir zur Beschreibung. Junior Chico, Five Fontäne, BAM P2 1590. Ich freue mich auf jeden Fall jetzt richtig sehr, diese Fontäne zu zünden. Und, ja, viel Spaß bei meinem Test. Und, ja, viel Spaß bei meinem Test. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr in den V meno TotänePre und ich freue mich auch bei meinem Test. Ich freue mich auf jeden Fall, comparisons von denen waaren hotel hoch.